Drei, zwei, eins. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist nicht so schlimm. Ich dachte ich komme mal vorbei, ich habe schon wieder Dinge gehört Leute. Du hast genauso viel Bock wie wir da drauf, oder? Let's go! Ohne Scheiß, nimm dir eine Karotte, nimm ein Schwert und let's go! Hier ist ein Toten. Ja, ich habe halt keinen Bogen sonst. Aber ich sage mal so, ich gucke was ich kann. Ich habe doch hier ein Smite-Schwert. Merkt ihr? Der ist dabei! Er ist nicht dabei! Er ist wirklich dabei, was? Fuck! 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 Das ist geil! Ich habe ein Smite-Schwert, let's go! Haben wir sicherheitshalber ein Backup vom Server? Ja. Nein. Nein. Wie gesagt, du kannst danach Österreich nicht mehr wiedererkennen. Ohne Scheiß, ich werde mir Mühe geben. Leute, wir ziehen gerade, also wir machen gerade ein Backup, so wie es aussieht. Also Lacher. Dauert einen kurzen Moment. Es ist keine Garantie, dass wir es nutzen, ne? Dann dürfen wir ja wirklich alles machen, was du holen. Aber Spark, es ist ja keine Garantie, dass wir das Backup nutzen werden. Nur wenn irgendwas gar nicht mehr passiert, ne? Ja, ja, ja. Ne, ne, ne. Keine Garantie, natürlich. Also es geht selbstverständlich noch mal weiter. Es geht nur darum, falls irgendwas komplett corrupted am Ende ist, ne? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei so einem Weltrekordversuch und du bist so die Jury, der Notal ist so lang. Ich war gerade auf die Bestätigung. Gleich kommt die Info durch. Du bist wieder beim Domino-Day, dass du den ersten Steinberg hast. Ja, ja, ja. Du bist mit so einem Notal am Telefon. Dr. Fleischhauer, ja. Es ist, es ist wahr. Okay, ähm. Ich würde sagen, vorher frei. Backup ist fertig. Ach du Scheiße. Veto! Veto! Lade die Dinger durch! Ja. Packen wir das jetzt hier? Oder? Im Keller! Im Keller! Im Keller! Warum tut dein Haus so leid? Spark! Spark! Zieh dir die Brustplatte an! Ja, also ich wollte lieber erstmal noch sicheren Abstand. Wo wollt ihr den machen? Hier im Keller, oder was? Ja, hier im Keller, genau. Aber wir müssen auf diesen Netterraum hier aufpassen noch, ne? Vielleicht parke ich sogar oben und guck, dass keiner abhaut, ne? Weil das wird passieren. Safe. Okay, dann hältst du die 80 Stück da oben mal fest. Let's go! Digga, was ist denn? Guck mal ganz kurz hier hinten, guck mal hier hinten ist schon halber Wither. Guck mal was hier chillt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz kurz, ganz kurz. Ich bin bereit. Space, wir können uns ja raus teleportieren. Alter, wie viele dabei sind. Nein, sind nicht alle, oder? Hast du heute einen Totem? Fabo, 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 Fabo. Hast du noch eins? Hier sind Totems in der Schalker, nehmt einfach raus. Ja, hier ist er. Ey, Trimax. Wir sind beide mit dem Totem-Shop und sind die einzigen ohne Totem. Geil, ne? Max, du kannst eins nehmen. Oh, wer hat alle genommen? Ihr macht Realtalk zu viele. Das ist viel zu viel. Leute, ganz im Ernst, das ist ein bisschen arg böse viel, ne? Hugo, du kannst davon ausgehen, dass im Umkreis von ein paar Blöcken alles vernichtet wird. Nein, 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 nein. Aber wir brauchen vier Leute, die jeweils eine Reihe platzieren, damit die alle gleichzeitig spawnen. Wisst ihr was? Mach zehn oder maximal zwanzig, aber das ist wirklich zu viel. Das hat doch jeder Fünfjährige schon mal im Creative gemacht, oder? Craft-Attack 10. Wir fangen jetzt an. Achtung, in 30 Sekunden geht's los. Craft-Attack 10, die letzte Staffel Craft-Attack, weil danach alles kaputt war. Ich mach die linke Reihe hier, ich mach die linke Reihe hier. Wir fangen hier oben an, wir laufen nach unten durch und dann geht's los, okay? Das Rechenzentrum wird gebrannt. Mehr Folgen zu Craft-Attack gibt es übrigens auch auf meinem Zweitkanal. Habe ich seit langer Zeit mal wieder aktiviert, der wird auch aktiv weiter betrieben. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Und es gibt auch Bonus-Folgen für Kanalmitglieder. Wäre vielleicht auch noch eine Empfehlung, ab 99 Cent im Monat ist das machbar. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ihr war alle verkehrt. Oh mein Gott. Vor allem ihr schießt jetzt schon um. Nicht an die Kisten von Hugo, nicht an die Kisten. Ja bitte! Ey die sind einfach... Einfach aus dem Keller gekommen! Ey bitte! Richtung Norden! Sieht krass aus bitte! Oh mein Gott! Spark passt bitte auf, dass die nicht rausfliegen, okay? Ja, ich halte sie auf, keine Sorge! Hat jemand ne Elitra für mich? Oh mein Gott Digga! 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 Wir sind gerade 20! 20 Stück auf mir! Heiko bist du hier bei mir? Ja ne? Ich hab den ersten! Erster ist down, erster ist down! Super! Leute ich lenke sie ab bitte! Ey wo ist mein Stopp? Hä? So viel? Der ist weg! Explodiert die Rüstung auch? Ja ja! Jawoll Spuck! Oh Gott! Boah! Das kann nur ein wenig erwartet! Ich bin hier so ein bisschen lost gerade! Boah! Das sind zu viele! Boah! Wir gehen hier! Hier wird die Winner über mir töten! Das sind so 20, 30 Stück! Es lag! Es lag! Es lag! 12 TPS! Noch einer down! Was? Da macht jemand absichtlich Legs! Stegi! Stegi! Oh mein Gott! Jodi hat das gedacht! Ohohohohoho! Digga! 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 Ey Spark soll mal Backup machen! Bitte, bitte, bitte Backup! Nein, nein, nein kein Backup! Digga ich bin der 1.0.... ... der hier was verloren hat! ich bin für die unterstützung zuständig das ist der einzige der verloren hat höchsterein steht nicht mehr das ist komplett weg ich hab alles verloren Veto Wallahi Spock macht Backup Nein Junge ich brauche Nein Gar kein Fein Das ist weg Veto Die TPS sind schlecht Aber das ist mir egal Ach Quatsch Jo Ja aber ich brauche davon meine scheiß Widder Ich hab 5 mal neu gefarmt Die Wider sagen gerade dass du zu schwach bist Ich habe einen Ey hört auf die weg zu locken Wehe bringt die zu meinem Grundstück Wir hängen 4 Stück in der Luft Ja guck mal Space an Auf Space hängen alle Junge du kannst gar keine Pfeile mehr schießen Du musst direkt unter denen stehen dann treffen die Pfeile Ja aber sie lecken Das ist nicht schwer Oh mein Gott Hilfe Der Server ist so hart am lecken Du kannst du uns der Base von Österreich geben Junge du bist der ganze Welt Wir müssen nicht von hier oben gehen Max konzentrier dich Digga 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 Österreich ist komplett weg Digga Ich schieße die ganze Zeit in diese Welt Es hat gar kein Sinn Guck mal wie die Pfeile fliegen Oh mein Gott Ich kann nicht voll weglaufen Ich habe jetzt 2 Stück Nein die Österreich Flagge Tötet die Witter an der Flagge Die dürfen die nicht kaputt machen Oh mein Gott 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 Um Schutz zu suchen Bro Das ist einfach so eine schwarze Wolke Das bewegt sich alles so krass Digga ich kann nicht voll weglaufen Wie geht das Das ist wirklich nur Österreich kaputt Wie geil Wann gehen die endlich mal die melee Das gibt es doch nicht Ich bin ganz klar Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wie viele Wither sind gerade noch da Alle Ich sehe nur noch 5 glaube ich Ich sehe nur noch 5 Einen habe ich nur wenig weggehauen Ich habe auch noch eine weggehauen alleine Oh mein Gott Oh mein Gott ich sterbe Scheiße Max warte ich bin hier Ey 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 warte mal Schau doch vor der Lüstung Schau doch vor der Lüstung Oh jetzt ist hier leer Max ich bin da ich bin da ich hab ihn Heiko ich bin beide die machen wir fertig die drei Die haben wir weggesungen Heiko du machst es extra Heiko geht weg von der Gondel Die Gondels Oh mein Gott Hugo Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wer wird denn das Der ist aber so am linken der Brie Wow Du greifst denn nur mich an man Oh mein Gott das sind 40 Gib dem 5 stopgift Ist down ist down ist down Ja Spark hat den Spark ich kann nicht den haben ich brauche einen Ich wollte den nicht wehen Ich brauche einen Da 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 Digga Spark das sind alle weine Oh Scheiße Für dich ist auch noch eine Wir haben so viele Merze Let's go rein da Oh mein Gott Oh mein Gott Oh das ist zu nah an meinem Haus Alter so eine große Wither Wolke habe ich noch nie gesehen Ja dann hättest du dir mal aussuchen sollen wen du als Nachbarn nimmst Oh mein Gott Oh mein Gott Danke Ey Veto wie oft willst du eigentlich noch sterben Komm mal auf Veto Sebo kannst du die mal holen Aber Veto wir haben eh alle einen Stern am Ende okay Mach dir da keinen Kopf drum Dinger warum stehen die da oben Oh mach weiter mach weiter Ja 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 Let's go Komm komm Mach die Endcrystals oder was Ja 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 Ey jetzt Ausritten 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 Oh mein Gott 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 Es war ist hinter dir Lass sie so viel Lass sie so viel Lass sie so viel Die sind auf mich Fokus, ne? Ich zieh die weiter runter, oder? Oh, er hat gestürmt! Flocke! Flocke! Nice, dann kann ich jetzt gehen! Nein! Keine Schwäche zeigen! Es sind echt nicht mehr viele, ne Handvoll! Ne Handvoll, 30 Stück! No joke, Österreich sieht besser aus! Nein! Das ist wirklich so! Und wir haben Österreich in Terraform, Togo! Ist doch geil! Wir haben jetzt einen Vulkan ausbauen! Na hey, das soll ein Berg sein, das kann nicht klar! Aus Österreich wird jetzt Holland, so schaut's aus! Macht, macht die ganze Gondel kaputt, Max! Wir helfen, Max! Nee, nicht die Gondel! Bitte! Läuft, macht die ganze Gondel kaputt! Die hab ich neu gebaut! Heiko! 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 Ich will hier keine Partik machen, aber diese Dinger fliegen in alle Richtungen! Doch verstehe ich! Ihr habt schon überall Löcher in oder was? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, die fliegen unbegrenzt weit! Backup! 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 Das spinnt ihr? Ja! Erst wenn alles vorbei ist, dann gucken wir mal, aber eher nicht! Nein, kein Backup! Was ihr macht, dafür seid ihr verantwortlich! Aber du hast auch mitgemacht, Spark! Kein Backup! Der Spark wohnt auch weit weg! Das ist schon klar, aber hier ne? Gut dann, also ich fände ehrlich gesagt ein Backup auch fair! Ich meine, du hast auch mitgemacht! Und ganz ehrlich... Was hat das damit zu tun, ob ich mitmache oder nicht? Im Crafting machen wir dann auch noch nicht für Backups! Kein Backup! Kein Backup! Kein Backup! Kein Backup! Wir sind bald Glückwunsch! Kein Backup! Ist ja ohnehin! Ich finde, man kanns abstimmen im Crafting Discord nachher! Oh ne! Keine Abstimmung! Kann das Abstimmung machen! Joe! Wie Rewe gestern sagte, halt doch mal die Fresse! Ja! 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 Fabo, in deiner Base ist bisschen was kaputt gegangen, ne? Scheiße! Passiert, ey! Ich hab gleich wieder einen... Meiner? Ja wirklich! Also nicht viel! Sauber! Und jetzt drauf! 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 Ich kann gar nicht mehr fliegen! Das ist doch nix! Ja! An deinem Kopf ist ein bisschen was! Ein Gewinn! Können wir die nicht schwarzen? Wie spießt man, Hank and Killnaggen? Es fliegt ja wirklich durch den ganzen Server! Wir müssen erst die Ads killen! Es fliegt wirklich durch den ganzen Server! Ja klar! Hey! Jetzt kommt was explodiert! Ja wie ruhig auch noch mal ist! Was denn jetzt kann er... Ja ja! Er ist lecker, aber auch komplett! Der Arme! Ich hab wieder einen! Junge, 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 Junge! Auf geht's! Jawoll! Alle weg? Nee! Alle weg? Nee! Ja! Guck mal, die Leute sind schon weg! Guck mal nach oben! Was ist denn da oben los? Digga! Es sind alle weg! Und da holen sie zu 50! Junge! Hey! Es werden weniger! Ach! Das ist jetzt nicht mehr werden! Das ist klar! Wir müssen die Einzelnen rauszonen! Easy! Ich kämpf gegen zwei hier alleine! Das geht voll gut! Oh scheiße! Digga! Erfüllt ihn! Was machst du da? Veto! Sie verschaffen! Digga! Veto ist so der Plein! Das macht richtig schlimm! Der hat alle gar nichts davon bekommen! Die Starts nicht! Alles weg! Am besten verkaufst du die ganzen Sterne später im Shop! Bei Veto aber einfach! Scheiß auf Österreicher einfach, dass das schlimmer Hufregen passiert ist! Ich bin dabei ohne Scheiß so schlimm! Es leckt so hart, ich kann mich kaum bewegen! Nee! Jetzt geht's wieder! Oh, geht ja! Ich will wieder doch die Kisten von Hugo kaputt machen! Nein! Digga! Warum lacht so immer? Digga! 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 Einer noch! Oh nein! Phantome auch noch! Das hat uns gerade noch gefehlt! Echt? Ich vergesse meinen Titel zu haben! Was passiert hier? Wir haben so viele... Oh, noch ein Raid! Hat jemand eine EC? Achso, hier ist einer! Lass doch mal Hugo in Ruhe! Ich weiß gar nicht einfach! Okay. Ja, Colt! Ich kann nicht viel machen einfach mit meinem Schwert! Shiki kommt gar nicht mehr Klar! Geil, ey! Das ist der beste Craft, das��세요! Bro, warum lacht das mehr, obwohl so viele Tricks sind? Weil die ganzen Dinger durch die ganze Seite fliegen oder? Ja die ganzen Items Hinter mir sind 20 Griller Ey ich komm mal ne ich komm mal ne Leute guck mal Oh mein Gott Juge Oh mein Gott Ey überlebt ihr die mal Digga ich hab gleich keine Rüstung mehr Versuch mal runter zu fliegen Vielleicht gehen die bisschen runter da oben Nein die wollen nicht runter die bleiben hier oben Oh Gott Also wirklich ganz blöde Frage Aber können wir die da oben nicht einfach in Ruhe lassen Und wir machen unser Ding hier unten weiter Alles egal welche die wir umlegen können Ich würde den Beakern da entstehen Ohne Agro müssen die eigentlich runterfallen Warte man fliegt so lange mit Raketen da Oh mein Gott Hallo Pharoos Was machst du denn in mein Bett? Hey Trigger Pharoos ich hab dich vermisst einfach Ich leg mich in dein Bett Okay Ey wir müssen die runter abholen Das geht also in der Luft ist scheiße oder? Ja die auf alle mal runter fliegen bitte Die müssten euch folgen Einer schlafen Einer schlafen Einer schlafen Einer schlafen Einer schlafen Aber ich denke nicht dass das so ein Backup wird oder so Weil das gehört zu Graphic dazu Alles gut es war auch nur ein konstruktiver Vorschlag Weil vielen weiteren Basen was kaputt gegangen ist Guckt euch die Schäden nachher erstmal an Ja ja Also das wird wahrscheinlich recht zügig reparierbar sein Wir gucken mal der einzige der ein Problem hat ist halt Hugo hier Ja das wird recht zügig ja ich weh das er ja Ne ich finde Hugo das kleinste Problem Ja Veto hat er ja das Problem Ne ich hab einfach Probleme Ist der Reich hat auch zerklüftete Stellen ja In wessen Base sind wir gerade? Hugo Let's Hugo Also da sind noch ganz viele Wizard da ne? Also ich muss sagen ich find's mutig von dir Trimax dass du das Base nennst Hä ja das war ja vorhin ne Base Hugo rechtfertigt sich nicht die schätzen das nicht wert Na ich glaube sie kommen jetzt oder? So Oh ja Ihr könnt euch vor eure Basen stellen und die abfangen und immer so Body Shields machen Also mit dem Leggen kannst du gar nix abfangen Mach das mal bei meiner Base Ja mach ich Alter Heiko ist ja wirklich kaputt hier alles Ja gut aber der ist auch direkt daneben ne Also ich werde ganz schön getargetet von einem Die werden schlauer Die blauen Köpfe sind die gefährlichen Leute Die fliegen ewig weit Oh mein Gott oh mein Gott Oh mein Gott Das Hotel ist weg Oh die kommen aber richtig runter Das Hotel Hotel Ich glaub da wollten noch so viel Gäste drin schlafen In dem Hotel Nein aber das war das einzige was noch ein bisschen stand Ey Basti wie hieß deine Blaze nochmal? Das hielt mich so ein bisschen an dich Was sagst du? Dieses Infernal Ding Ey Heiko das ist schon was du machst Ja 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 Das ist Hovering Inferno Ja ja Das ist Hovering Inferno Ja for real Alles zu Heiko Alles zu Heiko Zielen Heiko nicht aufm Berg landen Nicht aufm Berg landen Feuer 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 Wir haben sie Hier Welcher Trottel hat mich grad abgeschossen Passiert sorry Ah ich bin schwer verwundet Ey sie sind wirklich Wir können richtig kämpfen Wir können richtig kämpfen Wir sind unten Sie sind unten Sie sind unten Sie sind unten Tötet sie alle Oh mein Gott Matic Wollen die von mir? Ich hab gar nichts gemacht Ich auch Ich versuche einfach einen weg zu pullen alleine Mach das alle mal ein bisschen Wenn wir diesen anderen pullen können Au Ja hier sind viele dabei Ich hab einen Lassen Auskritt Sehr gut Rini Ja ja Ich bin auch da Oh shit ich bin los Oh keine Schwäche zeigen Ich hab Schmerzen Oh gut die große Krabbe hat noch auf Wie viele sind das noch? 300 ungefähr Also wir haben glaube ich 4 getötet bisher Was? Was ist dieser dämliche Puder Schnee? Das ist mein Bauch Juhu Wo ist das da? Habt ihr den? Das könnte so ein Ich hab ihn Das könnte so ein Minigame sein Wer hat so am Ende die meisten Die meisten netter Stars Kannst du zur Gondel kommen? Hier sind 7 Stück oder so Es sind so viele einfach Ja ich hab Ich seh dich Jetzt 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 Oh mein Oh mein Ich bin mir grad nicht sicher Jaja Bro jetzt Christy 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 Ich komm nicht ran Ich komm nicht ran Ich will nicht gleich Oh Krogon nicht sterben Oh Gott Oh Der war gut Ja ja du musst immer den Gogen auf dich schießen Immer wenn er über dir ist Oh nach oben Da müsst ihr echt rein Crystaln Ahahaha Ich stehe jetzt kurz jetzt hier oder? Warte Warte Ja hier ist Ned Hey Waren sie schon mal in Baden Ich hab den Ich hab den Ich hab nur noch einen Crystaln Komm mach Bei Heiko Bei Heiko Hier hier die 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 Oh Auf dem Obsidian Der war gut Der war gut Okay das war der letzte Hier hier der 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 mit dem Schild Hier Heiko der 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 Ja ja ich bin auf ihm Drauf 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 Und Digga was ist hier los eigentlich? Der ist sehr viel zu krass gerade Alter Bro Ey Bruder hier ist viel zu viel los Oh mein Gott Der war doch gar nicht Die sind alle klar Aber der eine der muss jetzt auf dem Boden Ich komm nicht hin Ich sterb schon wieder gleich Bei meiner Rüstung ist jetzt gleich der Gimus weg Ich muss referieren glaube ich Alter ich hab einfach halbes Herz Ich hab dich Ich hab dich Er schafft das Aber Hugo lass die weglocken Lass die drei weglocken Ja wie drei weglocken Ja lauf den Berg runter Oh ich hab auch einen Das ist der ganze Berg Richtung Norden sind Aber Hugo hast du dir so vorgestellt Österreich Ja genau so wollte ich es haben Ist halt mit der Erinnerung verbunden der Spot Ich hab hier ein einzelnen bei mir Space bist du mit denen in der Höhle unten Ja ja die sind hier in der Höhle Ja wir gleich zwei Milliliter Einer Milliliter Hä wer fokust du dir jetzt weg? Bei mir lieb 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 Hier hinterm Haus ist ein einzelner Richtung Shopping Distrikt Alter ich werd nur durch die Die auch nicht sacken kann Ich hab auch kein Boden ans Dach Ich hab auch nichts Das ist fast kaputt Ich bin jetzt Mediziner Wer braucht Tote? Bitte zur Kirche Kommt zur Kirche Wir sammeln uns in der Kirche Wo ist denn hier in der Kirche? Alle zur Kirche Sina gib mir schnell Und weiter weiter Immer nur einen Und rein in den Kampf Weiter Abfahrt Ich check nicht wie die alle fokussen Der komplette Wald hier unten ist abgebrannt einfach Was ist denn hier Da ist wieder einer alleine Da ist wieder einer auf der Kirche Ich hab auch wieder einen So jo Kein Problem Ich hab auch einen den ich hauen kann Ich hab Back up immer noch für Lacher Ja ich hab Back up jetzt Okay jetzt geh ich wieder rein Macher kein Lacher Hier der Spark bei mir Bei mir ist Spark Rechts von dir Mach uns stolz an Grischem Schön Gucko hier sind noch Pfeiler Wo Pfeiler wo? Ja aber Kirche 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 Nein! Oh mein Gott Nur noch einer hier, nur noch einer. Hinter dir, hinter dir. Hier in der Kirche. Huro! Huro, zurück schnell! Rück zu! Nimm ihn dir! Oh mein Gott! Alter! Yo! Die sind explodiert von dir. Oh nein! Die Kirche fällt! Die Kirche fällt! Nein, die fällt nicht! Kann ich da bauen? Ey Basti, das erinnert mich ganz leicht an Twitch Rivals. Ja, so ein bisschen. Hier ist doch nichts mehr los, ist vorbei oder wie? Bitte geh in die andere Seite! In Richtung Cast, in Richtung Cast ist ganz schön. Fuck, ich bin hinter dir, wenn ich gleich sterbe. Da liegen meine Sachen, da liegen meine Sachen. Ja? Ey, save mal GroKo, stop! Habt ihr die Idee? Weil ich gerade wurde reingebombt. Okay, du musst mal die Lüse ausziehen. Dann kriegst du deswegen so viel Damage. Ja, ich muss aber immer wieder runter, weil sonst kriegt ihr so viel Fall Damage. Zwei Millen? Boah, es leckt nicht mehr, es leckt nicht mehr. Wir haben's gleich, wir haben's gleich. Nicht da unten, nehm und lauf frei mit dir, Junge! Hier liegt ne Lüse! Alle, die Bogen haben, schießt auf die, die nicht beließen. Oh, die haben doch überhaupt nichts gemacht! Was totem passiert? Was? Let's go, let's go! Creeper, Vorsicht! Der Creeper, der holt uns jetzt! Der Creeper rippt uns alle! Wo seid ihr alle? Äh, bei Carsten! Bisschen zu weit weg von Österreich, glaub ich! Okay, könnt ihr meine Sachen einfach, dass, äh, die äh... Kirchenlazarett... Let's go, let's go! Oh, hier liegt Stop, 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 was? Ja... Ey, lass uns mal hier save'n, oder? Sebo, hab ich von Rotem noch? Ja, 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 ja! Ja, einfach abholen! Wo sind die anderen noch? Du bist jetzt von Sprint einmal zurückfliegen? Was? Steggy Space ist explodiert! Nein! War'n Witz! Oooooooh! Backup, Backup, Backup! Ey, nicht fliegen, nicht fliegen, nicht fliegen! Da oben ist noch ganz oben, alleine! Totem! Oh, Mann! Was ist das denn, der Ender-Chest? Ich hab' keine Totems mehr! Hold the line, ich muss rück, ich muss zurückziehen! Oh Gott, oh Gott! Wollen wir dich ein bisschen Richtung Österreich wieder bieten? Hast du auch noch Pfeile vorne? Ne, ne, jetzt aber nichts mehr. Basti, wo sind noch welche? Ich glaub, es ist nur noch der eine oben, oder? Das ist doch nicht der letzte, oder? Nee, ist noch einer oben! Ja, der letzte, der oben ist da! Ehrlich? Okay! Der letzte oben? Lass' ihn runterpollen, lass' ihn runterpollen! TPS 20, das ist safe, der letzte! Oh mein Gott, wir haben's einfach geschafft! Aber Österreich steht... Bro, aber das war ehrlich irgendwie ein geiler Raid, ne? Es war so geil! Ey, wir sind fertig! Aber sind wir uns zuhundertprozentig sicher, dass die, dass nicht einfach so ein großer Haufen einfach weggeflogen ist und wir haben ihn aus den Augen verloren? Der ist kein guter Teil! Zuhundertprozentig ist ja gar nichts! Der kommt gleich Mili, der kommt gleich Mili! Mili, Mili, Mili! Ich hab's gesehen! Sorry! Hört auf zu schießen! Wir müssen, wir müssen schießen! Siebo, du warst nicht der entgegenkommend! Also... Ja, aber da komme ich runter, oder? Ich hab' Tränen in den Augen! Wir gewinnen die Schlachträume! Der letzte Winter, Leute! Let's gooo! Junge! So schwierig war's gar nicht! Und Österreich sieht noch gut aus! Kann man wieder aufbauen! Und wir sind uns sicher, dass der letzte war nicht gerne! Und jetzt alle Schneegie ausglitten! Oh! Welche Verluste gibt es zu beklagen? Bis jetzt noch gasig! Ja, dann guckt euch mal die Gegend an und macht mal Schadensanalyse hier! Also ich vermisse tatsächlich meine Ausrüstung! Also wenn irgendjemand eine Ausrüstung mit meinem Namen hat, dann gerne an mich! Riemonunge! Focke! Nein! Jawoll! Meine Base ist ein bisschen kaputt gesprengt! Junge, alle Bäume sind weg! Oh, hier liegt's da! Hier liegt's da! Der Österreich-Statue in der Mitte! Hier ist noch einer! Bei meiner Base ist irgendwo noch einer! Ich hab ne Bospa! Ich hab ne Bospa! Dankeschön! Hier ist aber ein Wald unten! Wo? Nein! Oh, hier, ja! Jetzt hat sie verlaufen! Oh, hier! Bei Veto's Gäste! Bei Veto's Gäste! Was? Was? Mach den weg! Mach den weg! Das geht nicht! Wie? Nein! Das geht von ihm! Oh nein! Was? Das geht! Das geht! Ich weiß! Also in den kompletten nächsten zwei Wochen werden wir noch spontane Überraschungen finden in den Wäldern! Alles dein! Ja, ohne Scheiß! Ey, kommt mal zu Veto! Hier sind zwei Wither! Aber die Geschichten, die man hier erzählen kann bei Craftex, sind doch irre! Diese... Fontane! Wither! Ah, direkt geiert ihr wegen dem Stern, ne? Ja, ja, ja! Ja, na klar! Space, wie teuer war noch meine Überraschungen? Komm, Mini-Fabo! Haben alle noch! Machen ist Lachen! Kann man sein Haus, äh, Wither-Proof bauen? Ja, weit weg! Ja, weit weg! Ja, so 10.000 Blöcke weg sollte safe sein! Sorry, dass du Tracker hast, Farber! Sorry, Farber! Du kannst ja um dein Haus... Sorry, Farber! Tränke! Ich glaube, es gab noch keinem Craft-Attack mehr Zerstörung als in diesem! Oh, Totem! Das war mein... Auf Vugo, alle für Vugo! Nein, nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Noch jemand, der übersteuert? Hör auf! Schön, schön, schön! Nee, hast du nicht! Stark, stark! Du dropp mal Milch, oder gönnst du nicht? Geil, der heißt es war... Hör auf! Ihr müsst euch aber alle noch mal ein VOD angucken, dieses Geräusch vorhin, als die Wither gespawnt worden sind, das war einfach so geil! Das war so krass! Unendlich laut! Alter! Hat irgendwas in Rüstung verloren? Ist irgendetwas broken? Ich hab alles verloren, Digga! Oh, Isa, du hast so Glück, dass dein Haus hinter dem... Veto, du hast doch auch... Du hast doch auch Entertainment! Ja, ja! Ja, aber keine Sterne! Wär ich sauer! Vugo fängt schon mit dem Wienerhaufen an! Also meine vier Sterne müssen... Ja! Erstmal hier, wenn ich einballe... Skinnern überall Löcher! Nein! Nein! Ja, komm! Sechzehn Sterne, Veto! Sechzehn Stück! So, jetzt Map-Backup, oder? Okay, noch mal kurz, noch mal kurz die Frage, hat irgendjemand noch mal eine Axt, Spitzhacke, Rüstungsteil oder irgendwas von dir aufgesammelt zufällig? Veto, vielen Dank! Ne, es kann sein, dass die verlichtet worden sind durch die Axtension. Ja, es ist vorhin nur einer durch mein Stuff durchgelaufen. Deswegen frage ich... Veto, 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 Veto! Ich hab nur einen! Also ich hab grad meine Chessplate und so gecheckt, das sollten eigentlich alles meine sein. Ich schwör' wirklich. Danke, danke, danke. Veto ja auch noch. Ich werd gleich 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 Base-Rundgänge machen mit nem Klingelbeutel, ne? Ja, also haltet Kuhfert bereit. Danke. Hugo fängt schon neu... Und dabei... Ich helf dir. Hugo, reparieren schon. Hugo, kann jetzt die erste Folge Craft Attack nochmal hochladen. Das wird noch... Das wird noch... Ich danke dir! Veto, wo bist du? Ich bin Österreich. Aber Hugo, ist das ein Anblick für die Götter hier? Guck wie fleißig ich noch. Ja, alles ist morgen wieder da. Ja, perfekt. Boah, Vini hat gewonnen. Ey, im Shopping-Destick ist bis jetzt nix angekommen. Ja, wenn mal hier und da ne Kugel durchfliegt, ich glaub die... Da, hier hast du einen Krabbe gekauft, danke, Mann. Ja, ich mein, ein Sprengloch macht ein Creeper auch, ne? Also das wäre alles... Hat aktuell im Stand kein Backup. 48. Nee, sowieso kein Backup. Boah, egal was ist. Nee, 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 nee. Ja, natürlich. Ich bin das echt. Ja, ich bin das ähn. Ich bin das. Ich bin das.